Pascal, eine einfache Frage, wie fühlst du gestern? Ich fühle mich sehr gut, ich könnte leichter gehen auf den letzten Climb gestern. Ich bin wirklich überrascht, dass meine Leger auf den Climb gestern ist. Es gibt noch mehr Kraft, also schauen wir, was heute passiert. Das ist eine gute Nachfrage, aber wie soll es heute machen? Will es ein Sprint oder ein Breakaway sein? Für mich hoffe ich, es wird ein Sprint, aber in meiner Meinung, es wird ein Breakaway sein. Und wie du schon gesehen hast, in den letzten Tagen, unsere Ambitionen sind der GC, also wir werden es nicht weiterentwickeln, um es zusammenzubringen. Für mich ist es eine 50-50 Chance, wenn die anderen Teams wollen, ich bekomme eine Chance. Und wenn nicht, dann muss ich warten bis zum Rennen. Wir können dich nicht versuchen, zu gehen auf den Breakaway, wenn es eine gute Gruppe ist. Nein, ich denke, ich werde nicht versuchen, den Breakaway zu gehen, weil wir noch die nächsten Tage brauchen, und die nächsten zwei Tage sind super hart, und ich möchte wirklich nach Rennen kommen. Und ich denke, wenn ich heute in der Breaka gehe, die Chance, dass ich die Rennen gewinnen, ist super klein, weil niemand möchte mit mir in der Breaka gehen. Also, für mich macht es eigentlich keinen Sinn, zu gehen in der Breaka. Ich denke, ich kann es in der Breaka gehen.